Wollen wir das nicht machen? So! Zusammen! Nicht was du mehr willst machen! Ich hätte noch was ich sagen! One! Ah! Ja! Du bist! Du musst mir noch 2000 aufschreiben! Double the randomizer! So! Ja! Ja. Das ist hier der Typ, der mich einfach allen wotten. Du bist genau das. Ziehen Sie? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Schau mal. Nein, da ist noch viel von dir. Das? Auf das? Dann bist du... Entschuldigung. Der Effekt vom Das, dass du ständig hinlegen kannst, das gäbe ja sehr viel. Perfekt. Ja, das war aber klar. Ich brauche nur eine halbe Stunde. Das gibt kein Dämmer, wenn du auf der Decke. Aber der Effekt. Wenn ich nur mich weiss, sieh. Ja, ja, ja. Wow. Wie viel wohnen hast du dir? Ja, das kenne ich so. Wie viel lebst du hier noch? Wie viel lebst du hier noch? Und du? Ja, ja. Zuerst habe ich mit dem... Ah, mit der Warning, Mensch? Ja, habe ich zuerst so einen Warningspiel und dann geachtet, aber ich... Ja. Ich glaube nicht so eine große Worte. Ja. Solange ich einfach zwei Karten habe, um Reborn, ist es schlecht für dich. Aber es war schon gut auf dem E-Rage, eigentlich. Kannst du noch mal abhören? Ja. 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 Chäre. Ja. 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 Auf Prisons? Wenn ich aufpasst, wüsste ich sogar, wo dir liegen. Ausgerechnet eine, die man anchainen kann. Du musst einen Pflanzen-Guide. Du kannst gar nicht mehr weiter runter. Du hast ja genau 1.6. Du kannst jetzt mit der Lanze nicht mehr schrinken. Ja, die Lanze ist schon wieder nach dir. Scheisse. Es sind drei Prisons, kann ich ganz einfach greifen. Ja, es geht schon nicht darum, warum ich in der Hand greife. Kannst du echt mal filmen? Ich glaube es nicht. Wow.